Wie wird nun die neue Republik Österreich gestaltet? Durch den Friedensvertrag von Saint-Germain sind nun die Grenzen und auch der neue Name der Republik festgelegt worden, nämlich Republik Österreich. Nun galt es, eine notwendige Ordnung für den Staat auszuarbeiten. Diese Aufgabe übernahm die Koalitionsregierung, bestehend aus Christlich-Sozialen und Sozialdemokraten. An der Spitze der Regierung stand als erster Staatskanzler Karl Renner. Erarbeitet wurde das Bundesgesetzplatz für die Republik Österreich mit Inkrafttreten am 1. Oktober 1920. Heute bezeichnen wir dieses Gesetz als die österreichische Bundesverfassung. In dieser Bundesverfassung sind nun die vier Grundsätze enthalten, die von nun an die Form der Republik Österreich bestimmen sollten. 1. Österreich ist eine Republik. Dies bedeutet, dass das Staatsoberhaupt mittels einer Wahl ernannt wird. Im Gegensatz zu einer Monarchie, in der die Macht mittels Vererbung weitergegeben wurde. In Österreich ist der Staatsoberhaupt der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin. Er oder sie wird für sechs Jahre vom Volk gewählt. Zu den Aufgaben der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten gehört folgendes. Das Unterschreiben von Gesetzen. Das Ernennen der Regierung, aber auch das Entlassen der Regierung. Und der Staatsoberhaupt ist Oberbefehlshaber des österreichischen Bundesheeres. Eine Republik zu sein bedeutet auch, dass die Menschen im Land selbstbestimmt leben können. Das bedeutet, dass jeder Einzelne eine Eigenverantwortung gegenüber seinem eigenen Tun hat. Auch gehört dazu eine Fremdverantwortung gegenüber den anderen Menschen und auch gegenüber dem ganzen Land. Diese Fremdverantwortung zeigt sich in Form von Solidarität. Das ist der Zusammenhalt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern. Sichtbar wird die Solidarität durch die Leistungen des Sozialstaats. Zum Beispiel das Auszahlen von Pensionen oder auch in Form der medizinischen Versorgung. Diese werden durch Abgaben der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen bezahlt. Im Alltag zeigt sich die Solidarität in Form von freiwilligen Feuerwehren und dem Recht, sich in Vereinen zusammenschließen zu dürfen. Österreich ist eine Demokratie. Das bedeutet, dass die Macht vom Volk ausgeht. Sichtbar wird das in Form des Wahlrecht. Frauen dürfen in Österreich übrigens seit 1918 wählen. Dieses Gesetz war eines der ersten, das die Regierung der Neuen Republik Österreich erlassen hat. Gewählt werden der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin, die Mitglieder des Nationalrats und die Mitglieder des Landtags, also der Vertretung auf Landesebene und auch die Mitglieder des Gemeinderates, also die Vertreter der Gemeinden. Sicher gibt es auch in deinem Umfeld Wahlen, zum Beispiel Klassensprecher, Schulsprecher oder auch die Wahl von Betriebsräten. Ein weiteres wichtiges Kennzeichen der Demokratie ist die politische Mitbestimmung. Ich möchte euch zwei Methoden zeigen, wie man in Österreich mitbestimmen kann. Erstens mittels der sogenannten Volksabstimmung. Dabei wird das Volk zu einem Gesetzesentwurf befragt und das Volk kann dann über diesen Entwurf abstimmen, entweder mit Ja oder mit Nein. Die zweite Möglichkeit ist die eines Volksbegehrens. Bei dem kann jeder Einzelne oder auch eine Gruppe mit den gleichen Interessen einen Gesetzesentwurf vorschlagen. Damit der Gesetzesentwurf auch behandelt wird, braucht man 100.000 Unterschriften zur Unterstützung. Wenn die 100.000 Unterschriften gesammelt sind, dann muss der Gesetzesvorschlag im Nationalrat diskutiert werden. Drittens, Österreich ist ein Bundesstaat. Bundesstaat bedeutet, dass es zwei Ebenen bei der Gesetzgebung und bei der Durchführung der Gesetze, also der Verwaltung, gibt. Den Bund und die Bundesländer. Der Bund ist zuständig für Außenpolitik, für das Schulwesen und für Verkehrspolitik. Die Bundesländer sind zuständig für das Baurecht, für den Jugendschutz und für den Naturschutz. Die Bundesländer sind über den Bundesrat auch in der Bundesgesetzgebung vertreten und können Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates aufschieben. Viertens, Österreich ist ein Rechtsstaat. Das bedeutet, dass das gesamte Leben durch Gesetze geregelt und auch geschützt ist. Auch hier gibt es wieder zwei Bereiche. Der Staat selber muss sich natürlich auch an die Gesetze und an die Bundesverfassung insbesondere halten. Dies überprüft der Verwaltungsgerichtshof. Zum Beispiel Finanzierung der Schul. Möchte der Staat neue Gesetze einführen, werden auch diese begutachtet und überprüft. Diese Aufgabe übernimmt der Verfassungsgerichtshof. Gesetze müssen im Einklang mit der Bundesverfassung stehen. Wie kannst du die Rechtsstaatlichkeit im Alltag sehen? Im Idealfall wird die Rechtsstaatlichkeit dann im Alltag sichtbar, wenn alle Einwohner vor dem Gesetz gleich behandelt werden. Das bedeutet, niemand wird schlechter oder besser behandelt, egal welche Religion, egal welche Herkunft oder welche Hautfarbe. Und auch die soziale Stellung darf vor dem Gesetz keine Rolle spielen. Am Ende gibt es wieder etwas für Wissenshonige. Österreich ist 1995 der Europäischen Union beigetreten. Dadurch hat sich auch die demokratische Grundordnung Österreichs verändert. Es gibt seitdem Bereiche, für die weder der Bund noch die Bundesländer zuständig sind, sondern die Europäische Union. Das wichtigste Beispiel dafür ist die Einführung des Euros als Zahlungsmittel im Jahre 2001.